So, jetzt geht mal da vorne schön spielen, ne? Und dann lasst ihr den Opa schön in der Ruhe, ne? Kein Theater. Der Opa setzt sich hier ein bisschen hin zum Zeitungslesen. Da wisst ihr Bescheid, wo ihr euch melden könnt, ne? Wenn was ist, ne? Schön spielen. Ja, so macht ihr das prima. So sieht der Opa das gern. Na, also, es geht doch. Erst mal gucken, wer heute alles ausgeschieden ist, ne? Oh, da hör mal, da ist aber den Hammer, oder? Die Hedi Pipo. Ich sag mal, da ist doch die Olle, die bei uns früher immer auf der Malingrottstraße die Trinkerle hatte, doch. Jetzt hat er die auch umgekloppt, doch. Na ja, 86 Jahre, komm, da muss ich dich nicht beschweren, ne? Jacqueline, gib dem Matzel das wieder. So, sag mal, was hat der Opa gesagt? Jetzt fang bloß nicht wieder direkt mit der Theater an, sonst sind wir wieder ruckzuck zu Hause, doch. Schön spielen, habt ihr gehört? Mann! Ja, Colleen, nicht den Matzel mit die Schüppe auf den Kopf kloppen! Mann, das ist doch kein Fremdruck! Die Enkel, die machen ein Rammdösig, doch! Ah, Herbert, grüß dich! Na, ernst, grüß mich! Und? Bis wieder auf deine Runde? Ah, sehr, hör mal, Herbert, dich trifft man ja praktisch auch nur noch hier auf dem Spielplatz, ne? Na ja, jetzt mach mal halblang, doch. Und? Bist schon wieder am Erziehen da mit deinen Enkeln, ja? Ja, sicher, man muss denen doch was beibringen, ne? Von sich aus werden die doch nix! Da kann sie jedenfalls nicht von ausgehen, ne? Ernst, meinst du, wenn ich die einfach so gewähren lassen würde, ne, wie die sich da manchmal ausdenken? Ja, hör mal, die würden doch ihren eigenen Opa kaputt schlagen, doch! Dafür kämen die noch nicht mal in den Knast. Ja, ja, ja. Gesetze sind für Kinder nicht gemacht, Ernst, da brauchst du gar nicht drauf bauen. Ah, guck mal hier! Was denn? Ah, die Lottozahlen, ne? Jo! Ja, die Zwölf ist auch wieder mit dabei! Guck mal, die Zwölf, ne? Ja. Die tipp ich ja schon seit Jahren, ne? Ja, ja, muss ja auch mal ein bisschen was anderes mit dabei tippen, ne? Weil, Ernst... Ernst, mit den Zwölf alleine, da kommst du ja auch nicht weit! Ach so. Marzel, geh da weg! Siehst du denn nicht, dass der Schäferhund da grad frisch AA reingemacht hat? Ich glaub mich, hol sie ab, du! Kannst du mal sehen, wie hilflos die sind, du! Pack dir da einfach in die frische Hundescheiße rein! Na, Herbert, da käme unser ein oder gar nicht draus! Ach, was! Jetzt guck dir die Sauerei da mal an! Ja, ja, ja! Quirlt der Marzel da in die frische Schäferwurst rum! Ja, ja, ich sehe das! Kehr, 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 kehr! Marzel! Jacqueline! Witt mal den Onkel Ernst, das der Späßgen! Hör mal, Marzel, das ist aber nicht schön, dass du den Onkel Ernst ein Vögelchen zeigst! Marzel! Da muss aber auch mal ein bisschen hinterher sein, ne? So geht das ja nun nicht, ne? Komm, du kannst ja auch nicht jeden Schiss auf der Goldwaage legen, doch! Komm, du bist doch Respekt, muss sein! Du kannst ja auch nicht jedes Mal hingehen und die Blagen direkt einen von ihr Latz knallen! Mann, du, die lassen sich heute auch nicht mehr alles gefallen, doch! Wenn du Pech hast, ne, da gehen die hin und zeigen dich sogar eine an! Ja, ja, sicher! Die sind ja heutzutage schon viel weiter für ihr Alter, du! Ernst! Dem kannst ja doch mit nix mehr kommen! Ernst, guck mal, ich sag immer, wenn sie uns früher gesagt hätten... Ja, ja! Gleich kommt der Bullemann! Ja, hör mal! Da hätten wir aber so da gestanden, ne? Ja, okay! Ja, und heute? Die lachen sich doch kaputt da drüber! Da nehmen wir doch gar nicht mehr für wahr, die Show-Blagen, doch! Mann, Mann, Mann! Hör mal, Herr Bech! Ich hab den Bullemann mal einmal gesehen, doch! Das hat mir aber gereicht, doch! Oh, oh, oh! Was ist? Jetzt ist aber Gefahr im Anzug! Wieso? Ja, da kommt der Patskal! Was? Mit seiner eigenen Mutter! Sag mal, kennst du den denn schon? Ja, sicher, das ist schon ganz wilder, weißt du? So ein Förmchen-Rambo, ne? Ernst, der Kollege, der kloppt auf alles drauf, was nicht schnell genug auf die Bäume kommt, doch! Sag bloß, doch! Ja, ja, aber da kannst du mir doch sagen, was du willst! Da kannst du mir doch erzählen, was du willst! Kommt doch alles nur von dieser, diese, da, wie sagen sie immer? Anti-euteritäre Erziehung, ne? Mann! Komm doch! Komm! Hoffentlich Allianz-Versicherung! Ja, ja, ja! Da sagst du was! Ernst, da sagst du mal was, was passt! Ah! Herr Kaiser! Sag mal, ist ja nicht der Arschloch von Hamburg, Mann, nein! Ah, guck mal hier, du! Was denn? Ah, jetzt wird die Olle auch schon 65, ne? Da kannst du mal sehen, wie die Zeit am Verrasen ist, ja! Kannst du mir doch auch sagen, du! Sag mal, woher kennst du die Ellie Clement denn überhaupt? Wie, woher kennst du die denn überhaupt? Sag mal, Herbert! Marcel, bist du wahnsinnig? Mach sofort das Feuer aus! Komm mal bei den Opa! Männchen, komm mal her! Kollege, gleich hat der Arsch aber Kirmes doch! Da hat ich ja wohl nicht mehr wahr! Ja, musst dir dir mal vorstellen, da hab ich die Blagen gestern dem Markt geschenkt, für eine Bude, ne? Weißt du? Wollen sie sich so'n Bonky kaufen, ne? Ah, lecker, ne? Das ist ja scheiß Milking Bay, ne? Lecker, lecker! Lecker, lecker! Was besorgen sie sich? Sexhefte! Quatsch, jo nicht! Mann, da sind die Enkeln doch noch gar nicht dran interessiert für, doch! Wie nicht? Mann, doch jetzt mach den Opa mal nicht unnötig heiß, jo! Sexhefte! Du hast ja den Knall nicht mehr gehört, jo! Wo ernst immer, super zu zündeln, da? Ja, ich will wohl mal nachgucken, ne? Aber, das sieht schlecht aus, so! Bo, was will ich die Zigarre jetzt gerne wegdampfen, doch? Hast du Schmacht in der Lappe, ne? Ja, ja, ja! Ja, hier ist aber schon mal nix, da! Komm! Vielleicht andere Seite! Mach chill! Komm mal zum Opa! Matzi! Die Opa mal Feuer! Komm mal her! Hör mal, Herbert! Das ist aber auch inkonsequent von dir, jo! Doch, quatsch jo nicht! Mann, der Matzi, der weiß doch überhaupt nicht mehr, was hier geschossen wird, jo! Ja, 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 ja! Herbert, so ein Blach, das braucht doch eine Leitplank, Herr Mensch! Da musst du doch mal vorbildlich für sein, jo! Ja, 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 ja! Komm doch, jetzt misch du dich mal nicht in ungelegte Eier rein, jo! Ja, von wegen, Eier, jo! Du hast ja selbst kaum Kinder gehabt! Jetzt habt da nicht immer wieder draufgekommen! Ja, ja, bei so Aufzucht, ne, von so Enkeln! Ja! Mann! Da muss man doch mal fünfe gerade sein lassen können, Ernst! Da muss man mal sowas wie die Fingerspitzengefühl so in die Situation da dran, ne, so entwickeln können doch! Mann! Matzi, Jacqueline, pack eure Plöcken zusammen, wir zischen ab! Wie? Was ist denn jetzt kaputt, Herr Herbert? Zieh ich dir etwa schon ab? Ja, ja! Ernst, wenn du Lust hast! Kannst du gerne noch mitkommen oben, selbstgebrannten! Na mal, selbstgebrannten? Dann ist das Stichwort! Ja, ja! Da bin ich doch dabei! Ja, sicher! Kinder, macht mal voran, da können wir zu Hause noch mal in den Fernsehen reingucken! Hopp, 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 hopp! Ernst, guck mal, bei Erziehung von Enkeln, da läuft ja auch nicht immer alles in der Fahrplan! Nee, nee! Wenn die jetzt zum Beispiel kommen und sagen, Opa, wir wollen mal wieder so'n, ja, so'n schönes Horrorvideo gucken, ne? Ja! Ja, nun, dann musst du dir auch mal die Zeit nehmen, ne? Ja, das stimmt natürlich! Und nicht mit Beisätzen! Das richtig! Komm, Ernst, und außerdem, es gibt Schlimmeres, ne? Ah, zum Beispiel so Versicherungsvertreter, ne? Leckofanil! Kinder, jetzt mach doch mal voran, da! Sag mal, ist das da Selbsthilfegruppe niedriger Blutdruck, oder was? Meine Fresse nähe, ich war ehrlich!